So, jeder der meint, das heißt Pilote, den korrigieren wir und sagen, das heißt Pilot. Weil da fällt nämlich der Auxant. Und wenn der Auxant drüber wäre, dann würde es Pilot heißen. Wir haben schon mal ein Video darüber gemacht in Freiburg. So, und jetzt wollen wir uns aber das Fahrzeug anschauen, weil da sind wir jetzt gerade vorbeigegangen und nachdem noch alles leer ist, schauen wir da mal rein, denn das Fahrzeug entspricht eigentlich schon ein bisschen unseren Vorstellungen. Wir müssen bloß mal fragen, wie der Wandaufbau ist, aber das sieht nicht schlecht aus und hat keine Hecksitzgruppe. Nein, das ist ein ganz normales Fahrzeug, Hecksitzgruppe natürlich auch, aber wir meinen halt mit Längsbetter nicht. Ja, und die Hecksitzgruppe habe ich mir hier am Caravansalon so langsam abgeschminkt. Das wird für uns nichts werden. Beim Pilot G781FGJ mit 103.000 Euro. Hier gibt es einen Sonderpreis von 110.000 Euro für das Fahrzeug, wie es hier ausgestattet ist. Der Ganze hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 Tonnen, hat eine Länge von 7,89 Meter und eine Innenhöhe von 200 Meter, Außenhöhe 288. Das ist alles, was uns extrem entgegen kommen würde. Stimmt's, Ossi? Ja, ja. Ein 4,5 Tonnen, was soll das sein? Hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 Tonnen. Zugelassene ist 4,5 Tonnen, aber Nutzlast ist 1260. Also da müssen wir uns jetzt selber kundig machen, aber man kann den ja mit Luftfederung auch noch ein bisschen aufpriemeln. Mit Alco-Fahrwerk auf Fiat und Fiat habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, finde ich gar nicht mehr so schlecht, nachdem wir jetzt auch alles an Fahrassistenz haben, was hier angeboten wird und was Mercedes hat. Die Tür von der Heckgarage lässt sich schon mal um 180 Grad fast öffnen und das ist ja schon für uns ein Qualitätsmerkmal. Wir haben ihn gerade bei der Garage, ich habe gesehen, die ist sogar sehr groß. Ja, da bringen wir alles unter. Also da würde man alles unterbringen, was wir jetzt auch in der Garage... Und da bringen wir sogar Regale rein, Regale und Fahrräder, alles passt rein. Und eine Waschmaschine. Ja, jetzt wenn wir schon da sind, dann schauen wir uns auch gleich den Rücken an. Der hat hier ein bisschen Seitenwulst, aber das ist eigentlich nicht schlecht, schaut nicht schlecht aus. Da könnte ich damit leben, mit diesem Rücken. Und wenn wir schon außen rum gehen, dann gehen wir gleich noch komplett rum. Auch hier wieder die Schlösser, die finde ich gut. Die machen einen stabilen Eindruck. Durchladesystem. Und was mir gefällt, das ist die kleine Haube. Das macht auch das Fahrzeug dann reparaturfreundlicher, weil der Motorblock etwas rausschaut. Zum Öl nachfüllen und so weiter ist das alles von Fatal. Hier haben wir die Kassette. Was ist da drin? Ist da eine Ersatzkassette? Ne, da ist die Batterie. Ach so, Batterie. Gas ist vorne. Gas ist vorne. Also, und wenn man sich jetzt den Preis anschaut für dieses Fahrzeug. 110.000, also das ist eigentlich schon eine Ansage. Oh, Sie schauen mal rein. Sie schauen da nochmal in die Klappe rein. Oh, das ist die Gegenseite. Ja, die Gegenseite von der Durchhalte. Jawohl. Also, ich gehe schon mal voraus. Da haben wir schon eine Ambiente-Beleuchtung. Und der Tisch ist klappbar. Das ist eine gute Lösung für dich. Eine simple gute Lösung, die manche Firmen nicht hinbekommen. Und da hat man gut Raum. Auch das da ist ohne Knopf drücken. Da ist da unten das Scharnier allerdings aus Plastik. Aber kann ja trotzdem halten. Ja. Und schöne hohe Fächer. Zwei-Flammherd. Spüle. Also, uns würde ja jetzt im Prinzip ein Zwei-Flammherd genügen, da wir ja noch unsere Induktionsplatte haben. Logisch. Absolut. Und wir nutzen es uns so meistens. Genau. Wir haben auch, wie heißt es, USB. USB. Und zwar doppelt. Doppelt. Also. Das geht. Und zwar USB und USB-C. Ja. Genau. Das Bedienpanel ist übrigens hier. Da sieht man es. Also, das finde ich nicht schlecht. Und da ist der Fernseher. Das ist auch für uns die Königslösung von Fernsehern. Den kann man hier rauf und runter schieben. Also, mir gefällt das Auto. Und das ist ja wie Face-to-Face, oder? Das ist Face-to-Face, Schatz. Okay. Und ist ja auch... Es ist auch gemütlich. Ja. Und wenn man kuscheln will, kann man auch rüber gehen. Wenn dann die Frau ein bisschen ruckt. Und dann kann man auch gemütlich kuscheln. Gell? Face-to-Face. Muss nicht immer sein. An die Scheibe kommt man ganz locker hin. Die Aussi weigert sich jetzt da, die Scheibenvorführmodus zu machen. Aber da, ihr seht, ich komme ganz leicht hin. Ich bin da ganz schön weit weg. Und komme aber locker an die Scheibe ran. Also, das ist erstens der Vorrei vom Fiat. Und zweitens natürlich die kleine Haube, die da hier noch vor Reile bringt. Und dann muss ich sagen, das Fiat Cockpit, also der hat zwar noch den alten Schaltknauf, nicht so modern wie Mercedes. Aber für uns lang das Rückfahrtkamera ist hier. Und das Ganze ist gefällig gebaut, gut integriert. Hier sogar mit Ablagefläche, was viele nicht hinkriegen. Da fliegt dann das Zeug immer vorne rum. Hier haben wir eine schöne Ablagefläche, wo man also Handy etc. oder Kamera reinlegen kann. Spiegelt sich dann allerdings in der Dashcam mitunter. Ja, eben genau, das würden wir eben nicht machen. Und dass Fiat immer nur dieses komische Klemmbrett hat, also das ist auch recht blöd. Ja, ist halt Fiat. Jawoll, blöd. Und die Spiegel, die sind jetzt ein kleiner Kritikpunkt, muss ich ganz klar sagen. Da gehört eigentlich noch ein zweiter Spiegel hin, damit man da ein bisschen nach unten schauen kann. Also das Feld hier, aber den kann man ja nachträglich montieren. Oder man nimmt die elektronische Variante. Ja, und schau mal hier mit dem USB, der hat jetzt sogar beides. Ja, USB-Stecker von Fiat, USB-C und USB und 12 Volt. Also, ich meine, das haben wir ja auch, aber wir haben ja das nur mit dem USB normal. Ja, ja. Und in den neuen Fahrzeugen ist das jetzt auch noch mit dem C-Stecker. Ja, damals 2017 gab es noch kein USB-C. Ja, ja. Und so, das ist alles gut gehabt. Und wir haben ein großes Fach. Ja. Wie geht der Frontrollow, Ursl? Weiß ich nicht. Da oben. Ah, das ist ein wenig so eine fummelige Sache. Schaust du mal bitte? Ich habe nämlich gerade die Kamera. Nee, du musst zeitlich zusammendrücken. Da. Ja. Ah, der geht aber relativ einfach. Der geht ganz leicht. Ja, also das wäre machbar. Vielleicht gibt es das auch. Ah, und der geht auch so. Ah, gut. Und wie schön der läuft. Ja. Ganz locker lässt. Also da können sich manche Hersteller auch ein Beispiel nehmen. Jetzt geht es schon schwerer. Das Hochschiebe. Du weißt, normal gelingt es am Vorführeffekt nicht. Aber hier gelingt es. Ah, vielleicht müssen wir es mal. Okay. Das war es mit dem Vorführeffekt. Wir führen jetzt nichts mehr weiter vor. Aber das geht, also das ist machbar. Ja, ja. Elektrisch wäre natürlich schon begrüßenswert. Gell, Ussi? Ja, vielleicht kann man das sogar einbauen. Ja. Wir nehmen auf jeden Fall Informationsmaterial mit, weil ich finde das Fahrzeug nicht schlecht. Ist ein bisschen im Gustl-Style. Ja. Und vor allen Dingen ist auch der Raum, soweit ich das sehen kann, genutzt. Schauen wir da mal weiter. Ja. Es wird vier Sitze, also vier Personen. Da sind nämlich hinten noch zwei Gurte. Einer sitzt auf der Querbank und einer sitzt dann doch dahinter. Also wenn man zwei Enkel dabei hat, die sich nicht so ganz grün sind, dann setzt man die einfach auseinander, weil das ist ja eh kein Problem, denn... Ja, weil die sind ja doch meistens mit ihrem Tablett beschäftigt. Durch die lange Sitzbank fällt natürlich... Ja, halt hier irgendwie noch ein Schrank. Genau. Da haben wir hier die Klappe. Ja. Ach, einfach so. Wasch auf. Ja, hier haben wir ein Schrankfach. Ja, da oben hat es eine Steckdose und so. Da fällt noch. Und USB hat es dahinter. Aha. Das habe ich noch nicht richtig angeschlossen. Dann haben wir hier einen Kühlschrank. Das ist der von Tedward, nicht von Dometic. Ja. Ja. Das übliche halt. Mit Gefrierer oder so. Ja. Und unten haben wir eine Lüftungsschnittechnik. Da wird ein Kühlschrankzeug drin sein. Die Schublade fehlt. Ja. Und die sind das Auszüge? Ja, ne? Brauchst du Stemmeisen? Ja. 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 Es ist halt jeder Hersteller. Du bist für sein anderes System. Und da muss man sich dann erstmal zurechtfinden. Ist halt alles plastisch, gell? Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann ja auch halten. Und wenn dann kauft man sich zwei Ersatzhaken. Ja. Und dann sind die gleich im Staub. Also das ist ja einfach gemacht. Na ja. Na ja. Na ja. Dafür kostet das Auto auch keine 200.000 Euro. Das muss man auch mal sagen. Ja. So. Und jetzt schauen wir mal ins Bad rein. Ja. Ja. Da hat man schon mal ein Dachfenster, das in der Dusche eigentlich ganz sinnvoll ist. Ja, das ist super. Und die Dusche ist sehr geräumig. Mhm. Und hat sogar eine Seifenablage. Ja. Genau. Stell dir das mal vor. Ja, also das ist in Ordnung. Da kann man nichts sagen. Kleiderstange kann man wahrscheinlich noch selber rein bauen. Ja, die wird dann vom Händler rein gebaut. Was ich bemängeln muss ist, dass das Fenster nicht ganz hinten ist. Ja. Und dann haben wir hier wenig Ablagefläche. Also wenig Ablagefläche. Das sind nur hinten die Kästen. Hinter der Verkleidung. Aha. Da kann man Handy und Co. ablegen. Ja, genau. Weil hier hat es nämlich auch USB-Stecker und USC. Beides. Aha. Also. Beides ist hier hinten. Lämple. Also. Und hinten. Ja, eben kann man über Nacht sein Handy hinlegen. Aber das da geht nicht auf, oder? Wieso auf? Ne. Wieso auf? Nein, da ist ja hier. Ja, dann ist das reine Verkleidung da. Ja. 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 Nicht ganz so optimal. Ja. Und Landrost, keine Folik. Naja. Das kann man selber umändern. Ja, jedes Fahrzeug ist anders. Und einen zweiten Gustl kriegen wir eh nicht. Ne. Das Raumwunder Gustl. Man hat halt hier dafür eine wesentlich bequemere Bank. Und Toilette sieht sehr nüchtern aus. Schau mal. Ja, was heißt nüchtern? Toilette. Waschen. Oh ja. Großen Schrank. Oberlicht. Ja. Also hier sind es auch Handtuchhaken. Ja. Und Deko kann man ein bisschen hinmachen. Ja. Oder kleines Regal. Und hier ist nochmal Staufach. Also so schön, so. Also so übel ist es nicht. Ich schau Toilettehalter hier. Ja. Schon angebaut hier. Ja. Also so schlecht ist es nicht. Gut. Nüchtern. Und das Trenntdür hat es auch. Ja, halt oben. So. So. Das ist aber wunderbar. Ein Raumbad. Jetzt machen wir die Tür wieder auf. Nicht, dass unsere Rucksäge dann sich vermehrt haben. Aha. Okay. Also. Die Dusche ist sehr groß. So groß bräuchte ich es gar nicht. Aber das ist. Ich weiß es nicht. Ist doch gut. Ja. Ist doch gut. Das ist aber kein Plastik hier. Also da habe ich jetzt keine Erfahrung, wie das ist, wenn das keine Plastikwand ist. Und da kommt irgendwann nochmal ein Schlag rein oder so. Ja, also man hat hier auch eine kleine Stufe nach oben. Das sehe ich jetzt gerade. Aber der Doppelboden müsste trotzdem ausreichend sein. Dann machen wir hier die Klappe wieder zu. Ja. Und hier haben wir auch noch eine kleine Ablage. Also. Ja. Man muss natürlich den Preis schon berücksichtigen. Also. Wir reden hier nicht von einem 180.000 oder 200.000 Euro Wohnmobile. Sondern von einem 110.000 Euro Wohnmobile mit 7,86 Meter und 180 PS Motor schon. Ja. Ah ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Nein. Super. Und Automatik ist auch hier schon mit eingebaut. Also. Das war der Pilot. Ja. 281 glaube ich. Das ist ein gefälliges Fahrzeug. Also gar nicht mehr so schlecht finde ich. Ich muss jetzt nur fragen, wie der Wandaufbau ist vor allem. Also. Soweit wir das jetzt erfahren haben. Ist also innen das mit so einer Art Holzwerkstoff innen ausgestattet. Und außen mit GFK. Das ist klar. Das ist auch den Preis geschuldet. Ja. Dass hier nicht der Wandaufbau so aufwendig ist wie bei Frankia. Pilot gehört ja zur Frankia Grube. Ah ok. Genauso wie Lefoyer Goeur. Und wie Rapito. Das ist alles. Ja. Eine Grube. So. Das war's von Pilot. Das war's also. Zum Lefoyer Goeur gehen wir nicht. Wir haben ja noch andere Fahrzeuge im Auge. Jetzt haben wir 9.25 Uhr. Da schauen wir schnell zu den Chinesen rüber. Mal schauen ob wir da ran kommen. Genau. Also. Wir hoffen das hat euch gefallen. Interessantes Fahrzeug. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Natürlich Wandaufbau ist nicht die letzte höchste Qualität. Aber ich finde das Fahrzeug einfach toll. Und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schaut mal rein. Halle 17. In der Halle wo auch Frankia steht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.